Ratatatatat! Ratatatatat! Vergisst nicht. Wir haben einen Traum. Ein Gesangsensemble erobert die Welt. Ja, was machen wir! Wenn jetzt einer schlapp macht, dann is das das Ende unserer Gruppe. Ich lasse mir diese Gruppe nicht kaputt machen. Die Skala ist kein Beerdigungsinstitut. Ihr geht am besten wieder schön zum Muttern. Bereit, viel. Ich verdoppelte mein Angebot. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie die Comedian Harmonist. Am Sonntag, den 26. im großen Schauspielhaus von Leipzig. Diese Gruppe mit dem nicht deutschen Namen Comedian Harmonist tritt heute hier in München unwiderruflich zum letzten Mal auf. Und was machen wir jetzt? Ist doch ganz klar, wir bleiben zusammen. Den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute lasse los und sage mir auf Wiedersehen, auf Wiedersehen wie wohl.